Mein Name ist Barbara Rebicek. Ich stelle hier aus in der Galerie Mobile in Dresenbach, in St. Pölten. Gemalt habe ich schon immer. Aber jetzt kann ich schon ein bisschen besser. Und wie jede Malerin, wie jeder Künstler, bin ich immer auf der Suche nach Motive. Und auf meinem Dachboden, da ist der Eddie, der Freddy, die Rosi, die Lise und die Eka. Und die haben mich gebeten, dass ich sie male. Und natürlich habe ich das dann auch gleich gemacht, weil die haben sich so angeboten. Das schaut so gut aus. Andere Sachen male ich natürlich auch. Kinder und Katzen sind total meine Lieblingsthemen. Und auch die Bären sind so wirkt und können immer wieder gemalt. Und natürlich auch ein Gartenfest, das von mir jetzt stattgefunden hat. Das bin ich. Und überhaupt das leicht skurrile, schräge mag ich total gern. Was nicht so konventionell ist, was ein bisschen ausgefallen ist und was darstellt, was man eigentlich sonst selten sieht. Und so wie der Kumpf oder der Deix. Das hat mir sehr gut gefallen. So ähnlich mache ich es jetzt auch. Und das würde mich freuen, wenn ihr alle vorbeischaut in der Galeria Mobile, weil es gibt da auch noch andere sehr schöne Sachen zu bewohnen. Jeden Donnerstag bin ich da. Aber wir haben geöffnet von Montag bis Samstag. Immer den ganzen Tag halt. Wie heute das Einkaufszentrum. Ich würde mich freuen. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020